Schöne Grüße aus den Hofer Studios. Ich bin der Tim vom Hofer College. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Stream und dem heutigen Workshop, dem Ableton Live Basic Workshop Electronic Music Production. Als allererstes möchte ich mich kurz für die Verzögerung entschuldigen von uns. Wir hatten technische Probleme, hatten ein bisschen was mit Internet und Glasfaser hier zu tun, dass der Glasfaseranschluss nicht funktioniert hatte, aber naja, kriegen wir jetzt hin. Mir wurde auch noch mitgeteilt, dass es sein könnte, dass es im Stream ganz kurze Ruckler oder Aussetzer gibt. Wir werden da auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass es alles komplett reibungslos hier technisch funktioniert. Genau davon, wie gesagt, wollte ich noch kurz sagen am Anfang. Hi Christoph. Wollte ich ganz kurz am Anfang noch darauf eingehen und wie gesagt, sorry für die 15 Minuten Verspätung. Und falls das Bild irgendwo irgendwie hängen sollte, schreibt einfach nochmal im Chat. Aber wie gesagt, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Genau, worum geht es heute? Wir machen heute ein bisschen die Ableton Live Basics von Ableton Live 10. Wie man Ableton so ganz von Grund auf einstellt, was man alles mit Ableton machen kann, wofür es eigentlich gemacht worden ist. Also ist es so ein bisschen, ja, eben die Basics. Und genau, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz noch mit der Vorstellungsrunde anfangen. Wie gesagt, ich bin der Tim, arbeite beim Hofer College, produziere selbst Musik seit ungefähr jetzt über neun Jahren durchgehend. Habe das Ganze auch mal an einem amerikanischen College studiert in Vollzeit und bin daher schon auch mindestens jetzt seit acht Jahren als Producer tätig. Als DJ habe ich ab und zu auch noch irgendwo aufgelegt und an meinem Branding, wie gesagt, Mixing- und Mastering-Engineer. Ghost Producer bin ich auch noch nebenher mittlerweile, das aber erst seit zwei, drei Jahren. Genau, ansonsten Mentor für ein paar Leute, die dann mit dem Producing angefangen haben. Und Sounddesign mache ich auch noch ein bisschen. Also im Prinzip so die komplette Bandbreite, was es Producing so angeht, auf elektronischer Basis. Also ich habe zu Hause auch keine Hardware-Synthesizer. Ich mache das alles, wie gesagt, mit dem MacBook in the Box. Deswegen habe ich jetzt auch hier keine Hardware-Synthesizer irgendwie stehen. Genau, für Hofer bin ich für Mix-Analysen tätig, als Tutor-Support, Arbeit an Kursen, um die jederzeit immer zu verbessern für euch. Genau, da helfe ich auf jeden Fall auch mit. Wie gesagt, ich halte heute ein bisschen den Workshop über Ableton Live. Ableton wird ja so ein bisschen ab und zu, ja, ich sage einfach mal als DAW, ein bisschen für die Elektroniker, so sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen so klein gehalten, weil es doch eher ja die elektronischere Richtung ist. Und ja, einfach, auch um ehrlich zu sein, der Codierer damals von Ableton war ja auch ein Techno-DJ und Techno-Produzent. Deswegen ist die ganze DAW so ein bisschen eher für die elektronische Welt aufgebaut, jetzt nicht eher für die Live-Welt. Wir werden hier auch nicht so stark auf die Live-Welt eingehen. Was ich auch vorher schon erwähnt hatte, erst auf der elektronischen Basis. Und genau, wie gesagt, ich halte den Workshop deswegen, weil das Programm einfach meiner Meinung nach, ich hatte alle DAWs durchprobiert. Ich habe hier auch für MacBook Logic Ableton, habe mit FL Studio damals angefangen. Cubase hatte ich zwar nur die LE-Version, aber wie gesagt, Ableton hat mich einfach daran fasziniert, dass es einfach den Vorteil hatte, dass es, als man das aufgemacht hat, direkt meiner Meinung nach alles sichtbar war, was man da drin so machen konnte. Und bei den anderen DAWs musste man sich da irgendwie ein bisschen durchwüdeln. Ja, das ist aber wie gesagt, da ist jeder, jede Person oder jeder Produzent irgendwie ein bisschen anders. Auch die Herangehensweise beispielsweise. Dadurch, dass ich halt ziemlich viel, ich sage einfach mal, Elektro, Pop, Hip-Hop-Beats, Trap, Dubstep, House, alles Mögliche eigentlich im elektronischen Bereich produziere, Future-Base, alles Mögliche im Prinzip. Arbeite ich, wie gesagt, die Nummer 1, aber dadurch, da kommen wir später noch da drauf. Genau, ich bereite euch quasi auf dem Workshop irgendwie so ein bisschen für das Ableton sozusagen vor. Ich möchte euch da auch irgendwie die Angst so nehmen, um ehrlich zu sein, Ableton als DAW zu usen, beziehungsweise zu benutzen, sorry. Ja, weil es für manche doch am Anfang ein bisschen technisch aussieht, weil man so denkt, oh ja, da gibt es doch relativ viele Rädchen und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Deswegen möchte ich euch da auch ein bisschen die Angst davon nehmen. Wie gesagt, wir gehen da ein bisschen die Schritte durch, wie man so einstellt, was man so machen kann da drin. Genau, dass ich euch da einfach ein bisschen so durch diesen Einsteiger-Workshop so die Angst da nehme bei Ableton, wie man das benutzt. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist, gebt mir auf jeden Fall irgendwie Feedback zum Tempo, wie schnell ich das Ganze mache, ob ich es euch ein bisschen zu schnell oder zu langsam mache. Ich sehe auch hier den YouTube-Chat, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, ihr könnt jederzeit irgendwelche Kommentare da reinhauen in unseren YouTube-Chat. Ich sehe den hier, hi Stefan, ja, Drum & Bass auch, hoch bis zu 175 BPM, habe ich auch schon gemacht, ja. Aber wie gesagt, das ist ja ein Basic, Ableton Basic, Electronic Music Production Kurs. Von daher ist Drum & Bass da schon relativ advanced, sage ich einfach mal. Aber ja, habe ich auch schon gemacht, um ehrlich zu sein. Genau, Fragen sind wie gesagt jederzeit erwünscht, gar kein Thema. Wie gesagt, ich sehe den Chat. Und ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Ableton ist eigentlich, wie gesagt, von einem Techno-Produzenten und DJ damals akkodiert worden. Deswegen ist die auch so elektronisch aufgebaut. Es ist schon eine relativ professionelle DAW, weil meiner Meinung nach, was ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, sie relativ technisch ist. Und es eben, ja, super professionell ist. Also auch, wenn ich gerade mal irgendwie ein paar Namen nennen kann, beispielsweise Skrillex oder Flume. Robin Schulz zum Beispiel, weiß ich von allen drei safe, dass die auch alle Ableton zum Produzieren benutzen. Genau, also da gibt es in der elektronischen Musikwelt eigentlich ziemlich viele Größen, die das auch für Sounddesign usen, beziehungsweise benutzen, sorry. Und ja, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr, sehr verbreitete DAW, weil sie halt Vorteile hat, auf die ich später auch noch eingehen werde. Sie hat aber auch ein paar Nachteile, um ehrlich zu sein. Darauf werde ich auf jeden Fall auch noch eingehen. Das ist so, ich erkläre noch ganz kurz das Programm jetzt so ein bisschen. Es ist beliebt für die elektronische Musik. Genau hat den Ruf eben meiner Meinung nach, das ist, was ich schon gesagt hatte, von Producer zu Producer abhängig, dass sie sehr übersichtlich ist. War sie zumindest meiner Meinung nach, als ich sie aufgemacht hatte. Okay, da sind die Spuren, da kann ich eine Spur einfügen, da kann ich lauter leiser machen, da kann ich ein Sample einfügen. Los geht's. Okay, ja, wie gesagt, sorry Leute, wenn es irgendwie ruckelt oder so. Das liegt leider in unserem Glasfaseranschluss hier. Der funktioniert leider nicht, deswegen gehen wir über die hauseigene Leitung. Wir probieren da unser Bestes. Wie gesagt, unsere Techniker sind auch da dran. Und nochmal sorry dafür, falls es irgendwie ein bisschen ruckelt. Wir tun unser Bestes auf jeden Fall hier, dass es für euch ruckelfrei funktioniert. Genau, der Vorteil an Ableton ist auch, dass sie unter macOS und Windows läuft. Es gibt ja auch manche DAWs immer noch, die nicht unter beidem laufen. Beispielsweise Logic läuft ja im Moment nur noch auf macOS. Ja, wie gesagt, sorry Leute, wenn es irgendwie ruckelt. Wir probieren unser Bestes. Genau, wir waren bei macOS und Windows. Logic beispielsweise läuft nur unter macOS, läuft unter Windows noch nicht. Bei Cubase bin ich mir ehrlich gesagt im Moment gerade gar nicht sicher, weil ich es selber überhaupt nicht benutze. Aber Cubase müsste meines Wissens nach eine reine Windows-DAW sein. Genau, was eben der Riesenvorteil noch an Ableton ist, Ableton ist mega kreativ. Es gibt so viele Sounddesign-Stock-Plugins da drin. Das heißt, die Plugins, die schon mit Ableton mitkommen, sind so mega, ich sage einfach mal, technisch vielseitig einsetzbar. Da kann man die wahnsinnigsten Sounds rausholen. Also, was da manchmal ich in Ableton selbst mache, ist ab und zu, wenn ich irgendwie an einem Rädchen drehe, wo ich vorher auch schon noch nie gedreht hatte, kommen da manchmal Sounds raus, wo ich mir so denke, wow, okay, Wahnsinn, hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Genau, es wendet sich allerdings ein bisschen so von diesem analogen Signalfluss ab. Werden wir dann auch später in der Mixer-Ansicht sehen, wo ich dann noch ein bisschen genauer drauf eingehen werde. So von oben nach unten rein. Ist ja bei analog ein bisschen anders. Also bei einem HD geht man ja hier rein, dann geht man durch die ganzen Waves durch, durch die ganzen Attack, Decay, Sustain, Release-Einstellungen, geht dann hinten wieder raus. Bei Ableton ist es eher so von oben rein nach unten in den Master. Also ist ein bisschen anders aufgebaut. Genau, das sind so die generellen Infos eigentlich so zu Ableton, was ich jetzt vorher noch ganz kurz so erwähnen wollte. Ja, dann, wie gesagt, Fragen könnt ihr jederzeit reinhauen. Ich fange jetzt einfach mal an, Ableton aufzumachen. Und genau, ich mache das mal von Anfang an auf. Das heißt, jetzt hier auf meinem Main-Bildschirm mache ich mal die Hofer College-Seite. Ich lasse mal noch kurz auf. Ne, ich mache sie gleich zu. Und schiebe dann mal kurz, mache kurz Ableton auf. Und dann schiebe ich das rüber. Ich habe nämlich Ableton extra auf die Standard-Einstellungen gestellt, damit ihr auch seht, wie Ableton komplett am Anfang aussieht. Also so sieht Ableton quasi aus, wenn ihr die DAW aufmacht. Wenn ihr die ganz am Anfang aufmacht, habt ihr hier, das ist übrigens, ich gehe auf die Ansichten später ein, das ist jetzt der Session-View und später der Arrangement-View, aber dazu erkläre ich das später. So sieht Ableton auf jeden Fall aus, wenn man Ableton ganz am Anfang aufmacht. Dann, ja, keine Ahnung, ich fange jetzt einfach mal links oben an. Hier gibt es das ganz normale Dateimenü, was ihr hier unter jedem Programm eigentlich seht, was es hier so für Sachen gibt. Man kann sich ein neues Lifeset erstellen, das Lifeset öffnen, ein anderes. Hier kann man beispielsweise ältere Lifesets aufrufen, die man auf seiner Festplatte hatte oder so, oder abgespeichert hatte. Genau, dann gibt es hier auch alles sammeln und sichern und den Export, wo ihr dann später quasi euren Track am Ende exportiert. Und hinten dran, worauf ich auch ganz am Anfang darauf aufmerksam machen will, mache ich auch, um ehrlich zu sein, in jedem meiner Workshops, gewöhnt euch an Shortcuts zu benutzen. Also Shortcuts wie zum Beispiel hier hinten, oh sorry, hier hinten bei neues Lifeset. Ich bin jetzt halt auf einem Mac. Ich drücke dann Command-N und kann dann einfach ein neues Lifeset öffnen. Command-O, altes Lifeset öffnen, beispielsweise von einem Projekt vorher. Command-S, ganz normal, wie in Word oder Excel oder wo auch immer auch, um Sachen zu speichern. Shift-Command-R, um zu exportieren. Das, um ehrlich zu sein, braucht ihr jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach nicht auswendig lernen. Aber, ja, er spart vielleicht eine Sekunde Zeit. Aber, wie gesagt, auf Datei drücken und Audio-Video exportieren geht auch relativ flink. Genau, das waren so die Dateisachen. Dann gibt es natürlich noch Bearbeiten, wie in jedem anderen Programm auch. Darauf gehen wir auch später ein bisschen weiter ein, auf diese ganzen Sachen. Hier das Erzeugen finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man hier immer in Ableton auch ganz rechts die Shortcuts auf jeden Fall sieht. Finde ich mega, mega gut gemacht. Seht man bei anderen DAWs nicht, um ehrlich zu sein. Das fand ich bei Ableton ziemlich cool, dass man quasi direkt immer diese Shortcuts nebendran hatte, wenn man sich beispielsweise einen neuen Audio-Track machen wollte. Dass man nicht jedes Mal immer hier im Session-View da oben erzeugen, Audio-Spur erzeugen, sondern einfach hinten Command-T drücken kann. Und ich glaube, auf Windows müsste es dann STRG-T sein. Also, wie gesagt, lernt auf jeden Fall diese Shortcuts. Es erspart euch dann auch später mega, mega viel Zeit, wenn ihr das alles auswendig könnt. Also, da ich use in Ableton beispielsweise meine Apple-Maus relativ oft, weil mit der kann man halt touchmäßig von links nach rechts später hin und her swipen. Das zeige ich euch später auch noch. Eine normale Maus ist auch gar kein Thema. Aber das hat natürlich auch schon einen Vorteil, dass man einfach schneller arbeiten kann. Wie gesagt, dieses schnelle Arbeiten, ich lege da ziemlich viel Wert drauf, egal, ob man irgendwie Beginner-Producer ist oder Advanced-Producer. Es ist mega, mega wichtig, die Zeit irgendwie auch effizient heutzutage vor seiner DAW zu benutzen. Nicht nur, wenn man es hobbymäßig macht, sondern natürlich auch, wenn man es professionell macht, weil ja, so wie es heute heutzutage ist, Zeit ist Geld. Deswegen, ja, und es soll auch Spaß machen. Also, man sollte auch relativ schnell die Sachen, was man hier drin hat, in eine DAW reinbekommen, weil darum geht es ja eigentlich. Es schwirrt ja meistens eine Melodie im Kopf rum und wie bekomme ich die am schnellsten in eine DAW rein. Wenn ich da Shortcuts kenne, erspart, um ehrlich zu sein, mega, mega viel Zeit. Genau, was auf jeden Fall am Anfang ich euch auch noch zeigen möchte, ist die Ansichten. Es gibt andere Ansichten von Ableton. Und zwar gibt es hier, wo wir jetzt gerade drin sind, wenn ihr Ableton ganz normal öffnet, den Session View. Session View heißt, alle Spuren sind von oben nach unten vertikal angezeigt. Die zwei ganzen MIDI-Spuren, die wir hier haben und die zwei Audio-Tracks, die sind alle senkrecht angezeigt. Und so ist auch der Signalfluss. Das heißt, das Signal kommt von hier oben, von diesen Clips, beziehungsweise von einem Slot, wo man dann einen Clip einfügen kann, geht er hier runter in den Mixer. Man kann natürlich auch noch einstellen, wenn hier ein Synthi drin ist, woher die MIDI kommen soll, zeige ich euch später dann auch noch. Beispielsweise, wenn man ein Keyboard angeschlossen hat, per USB, dass man das dann als MIDI-Trigger benutzt. Das Monitoring, dass man nur das Einkommenssignal hört, dass man Ableton hat, eine automatische Funktion, dass man das Einkommenssignal und das Signal auf den Ohren hört. Und dann kann man natürlich noch beides ausstellen. Das heißt, dass in dem Channel quasi einfach nichts ankommt. Das heißt dann einfach, der Channel ist sozusagen off, beziehungsweise das Monitoring von dem Channel ist off. Ist jetzt was anderes, wie wenn man den Channel dann hier unten bei der 1, das übrigens die Spurnummerierung ist, wenn man die hier ein- und ausschaltet, dann schaltet man den kompletten Channel ab. Das ist auch relativ wichtig später. Das sieht dann im Arrangement View, den wir uns dann später angucken, ein bisschen anders aus. Das sieht das Ganze dann horizontal aus. Das heißt so, im Moment sind wir ja gerade im Session View, das ist dann vertikal. Genau, da sieht man dann die Sachen quasi dann von links nach rechts anstatt von oben nach unten. Das Ganze sieht dann quasi bei einem Audio-Track noch ein bisschen anders aus. Wir kommen dann hier später auch noch zu den Send-Channels. Die sind dann hier hinten. Hier ist jetzt standardmäßig ein Reverb und ein Delay drin. Das ist bei Ableton einfach immer so. Und der letzte Channel ist dann der Master-Channel, wo dann die ganzen einzelnen Channel, wenn sie durch die Inserts, beziehungsweise durch die Return-Tracks durchgehen, auf dem Master-Channel dann sozusagen alle eintreffen. Ähm, genau. Das ist so mal ganz kurz der Session View erklärt. Ja, das... Ich gehe noch ganz kurz nochmal auf die Ansichten. Hier ist eigentlich relativ cool, dass man auch Ableton in einem zweiten Fenster launchen kann. Ihr seht jetzt quasi im Moment nur meinen eigenen Bildschirm. Da das ja von meinem MacBook ausgeht, könnte ich jetzt das so machen, dass man quasi mit Tab in den Arrangement View wechselt und diesen Arrangement View rein theoretisch auf das MacBook hier machen könnte und den Session View auf den Bildschirm oder umgekehrt. Wenn man quasi zu Hause, was heute eigentlich relativ üblich ist, dass man zwei Monitore hat, kann man quasi auf seinen Main-Bildschirm, so wie der, der jetzt vor mir ist, den Arrangement View hinmachen, weil man hier eben am meisten Arbeit in Ableton da editiert man, da cuttet man, da macht man, ich zumindest, immer lauter und leiser. Mixt da, fügt da Plugins ein und so weiter und so fort und den Session View, also den wieder mit Tab. Hier kann man dann hier unten in der Lautstärke Einstellung beziehungsweise in der Spur Lautstärke dann die Spuren einfach die Lautstärke hier einstellen. Funktioniert aber im Arrangement View hier drüben genau gleich. Das heißt, im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, der Session View ist quasi der Arrangement View nur so hochgekippt. Im Prinzip ist es genau das. Man kann, wie gesagt, das mit Ansicht in zwei verschiedene Ansichten splitten, dass man sich eben ein zweites Fenster macht und das dann auf den zweiten Bildschirm macht und so beide Monitore nutzen kann, ohne dass man immer mit Tab hin und her switchen muss, weil es braucht ja dann auch ein bisschen Zeit, bis man hier hin und her geswitcht ist zwischen Tab und dem jetzt Session View und dem Arrangement View. Um ehrlich zu sein, diesen Session View, ich rate vielen am Anfang ehrlich gesagt davon ab, weil hier einfach es mega, mega schwierig ist, unmögliche Sachen zu bearbeiten und der Session View eigentlich auch eher dafür gedacht ist, wenn man hier jetzt beispielsweise oben dieses kleine Dreieckchen drückt, hier, dann klappt sich das ganze Bild hier ein und hier unten klappt sich das Hilfe Bild ein und so sieht im Prinzip der Session View aus und der ist hauptsächlich eigentlich dafür da, deswegen heißt Ableton Live auch Ableton Live, weil man diese Software auch zum Live DJing sozusagen nutzen kann, wie beispielsweise Skrillex hat das früher gemacht mit einem Laptop und einem Ableton Push nebendran, mit diesem Controller, mit den ganzen Pads, wo man dann diese verschiedenen, diese verschiedenen Clips hier triggern kann, das heißt man kann quasi mit einer Push diesen Clip hier triggern und dann wird er abgespielt, so funktioniert es quasi dieses Session View, also dieses Session View ist eigentlich für die Live Performance sozusagen benutzt, sage ich einfach mal und der Arrangement View mit Tab ist der hier, ich klappe das auch einfach nochmal kurz ein, damit ihr das groß seht, der ist eigentlich eher so für das Editieren, das, ja einfach, um das Arrangement da drin zu sehen, weil in einem Session View brauche ich eigentlich nicht mein Arrangement sehen, weil eigentlich spiele ich hier drin nur Loops ab, während ich eben sozusagen Live Aufnahmen mache, beziehungsweise live beispielsweise auflege irgendwo und dann spiele ich da meine Loops ab und kann so mit dem Push verschiedene Loops zusammen triggern, kann dann den Loop wieder ausmachen und so Übergänge machen mit 16 Bars oder 32 Bars, wie das wie das heutzutage üblich ist. Ja genau, Stefan Neusier haben das auch benutzt für ihre Drum & Bass Sets, die dann, ich glaube sogar, dass die dann das mit Video zusammengekoppelt haben, darauf gehe ich dann später auch noch ein, weil mit Ableton ist es eigentlich auch noch möglich, Video zu bearbeiten. Genau, wie gesagt, der Session View, da würde ich am Anfang, wenn ihr vielleicht ganz irgendwie am Anfang seid, deswegen ist es auch ein Ableton Basic Kurs, sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr anfangt Musik zu produzieren, würde ich das eher hier im Arrangement View machen, weil ihr dann einfach auch eure Samples komplett alles seht, die ihr dann da reinziehen könnt. Hier unten in dieser Zeile seht ihr dann auch die ganzen Plugins, die ihr da einfügt, deswegen hier steht auch schon Zehnen Sie Instrumente oder Samples hier rein, das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch schon mal irgendein Sample von mir nehmen, ist jetzt aber egal, welches, keine Ahnung, ich benutze einfach mal irgendeine Clap oder eine Kick oder so, hier eine Favorite Kick von mir, die kann man dann einfach packen und kann die rein theoretisch hier unten reinziehen und dann macht Ableton automatisch einen Sampler auf. Das ist natürlich ein bisschen ein blödes Beispiel, weil die Kick relativ stark klippt, vielleicht nehme ich mal die, ja. Wenn ihr die Kick da reinpackt, macht ihr automatisch einen Ableton Sampler auf, mit dem ihr dann automatisch direkt mal mit eurem Keyboard die Kick abspielen könnt. Also, wenn ich jetzt beispielsweise auf meinem Keyboard A drücke und hier noch den Recording-Schalter, nee, das hier, wenn ich hier den Recording-Schalter in Ableton anmache und dann jetzt A drücke, dann kann ich quasi die Kick triggern. Genau. Das ist so ein bisschen, damit ihr quasi erklärt bekommt, ganz am Anfang, okay, wie kann ich jetzt, wenn ich Samples auf dem Rechner habe, die in Ableton reinziehen und wie kann ich dieses Sample dann abspielen. Das heißt, ihr könnt einfach das Sample packen, unten in diese Spur einfügen und jetzt kommt direkt in ein Sample rein, wo ihr mit den Tasten auf eurem Keyboard abspielen könnt. Ich glaube, ich muss jetzt hier kurz den Ton ändern, weil ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das hier, ja genau, hier nehme ich den Ton, ich muss hier kurz aufs Babyface. So, jetzt müsst ihr die eigentlich den Ton hören und ich muss eigentlich meine Kopfhörer aufziehen. So, jo, jetzt höre ich die Kick auch, nice. Okay, dann, wo ich als nächstes auf jeden Fall drauf eingehen möchte, ist, das Ganze hier links, also ich schalte es hier unten jetzt einfach nochmal weg, das Sample, das war vielleicht auch ein klein wenig zu schnell von mir, das, was ihr hier links seht, das ist sozusagen der Media Pool, der Media Pool ist deswegen so wichtig, weil ihr hier die ganzen Sounds von Ableton seht, die mitkommen, also das hier sind alles Sounds, die von Ableton mitkommen sozusagen, wenn ihr jetzt beispielsweise in die Einstellungen von Ableton geht, das sage ich euch später auch noch, und ihr habt die Suit-Version gekauft, bekommt ihr verschiedene Erweiterungspacks, wo ihr dann Sounds direkt von der Ableton-Seite runterladen könnt, die mega, mega gut sind, also Ableton macht auch ihre ganzen Soundpacks mit im Moment gerade sogar Spitfire zusammen, und Spitfire ist ja Top-Notch, deswegen, da gibt es auch im Moment gerade ein neues Pack, darüber sage ich euch aber später noch was dazu, ich habe nämlich noch eine kleine Surprise für euch, die es allerdings später dann leider nur für unsere Studenten im Online-Campus gibt, genau das ist nämlich der erste Teil, der wird auf YouTube gestreamt, der zweite Teil findet dann in unserem Online-Campus statt, und im zweiten Teil kriegt ihr dann noch ein kleines Easter Egg von mir, das sage ich euch aber dann später, was es ist, da freue ich mich auch selber ziemlich drauf, genau, ich sage euch dann auch mal kurz zwischendurch, was es vielleicht sein könnte, aber egal, da kommen wir später auf jeden Fall dazu. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Media Pool, genau, in diesen Kategorien, in diesem Media Pool gibt es ja eben Sounds, die schon von Ableton mitkommen, dann gibt es hier Drums, das sind im Prinzip alles Drum Kits, die ihr da seht, die könnt ihr für eure Produktion benutzen, das einzige, was ihr mit diesen Drum Kits machen müsst, ist, ihr könnt, wenn ihr draufgeklickt habt, hört ihr schon, welche Drums in diesem Kit benutzt werden, das heißt, wenn ihr einmal kurz mit der Maus draufklickt, dann wird quasi abgespielt, was in diesen Kits drin ist, wenn ihr jetzt das Kit hier drüben in eurem Track benutzen wollt, könnt ihr einfach Doppelklick drauf machen, wenn ihr Doppelklick drauf macht, dann generiert Ableton automatisch ein MIDI-Track, wo ein Drum Rack drauf ist, nennt sich das, und wo die ganzen einzelnen Sounds aus diesem Kit hier drin in einem Drum Rack drin sind, das heißt, ihr könnt quasi jetzt auch diese ganzen Drums mit eurem Keyboard triggern, also wenn ich jetzt A drücke, kommt hier eine Percussion, dann haben wir hier eine Crash oder eine Ride, auf D war nix, muss noch eins weiter runter, hier haben wir die Kick, da haben wir die Snare, da haben wir die zweite Snare, und da haben wir vielleicht irgendeine Akustik-Kick, hier ist noch eine tiefere Kick, auf jeden Fall, wie ihr seht, ihr könnt einfach Doppelklick auf dieses Kit machen, und ihr habt quasi dieses komplette Kit da drin, das Nächste, was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier ein Midi-Clip drauf zu generieren, um ein Midi-Clip zu generieren, markiert ihr einfach mal hier in Ableton vier Bars, macht da mal einen Rechtsklick drauf, ohne dass ich jetzt schon euch das Shortcut dazu erkläre, und macht mal Midi-Clips erzeugen, dann kommt hier ein Midi-Clip, Midi, habe ich euch vorhin schon erklärt hatte, benutzt man, um was zu triggern, das ist im Prinzip ein Steuersignal, mit was man ein Sample triggern kann, oder ein Effekt triggern kann, oder Lautstärke triggern kann, oder Velocity triggern kann, da gibt es so vieles, was man mit Midi machen kann, und hier seht ihr dann auch noch in dieser Ansicht die kompletten Drums, die in diesem Drum-Kit vorhanden sind, das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch, ich mache jetzt einfach mal 140 BPM, das hier oben sind dann die BPM von eurem Ableton, da gehe ich dann auch noch später drauf ein, und dann könnt ihr quasi, wenn ihr hier jetzt eine Kick reinmacht, dann hier eine Snare, und diese ein bisschen länger zieht, habt ihr hier jetzt zwei Midi-Signale reingemacht, wenn ihr jetzt Play drücken würdet, dann würde quasi die Kick und die Snare, ich mache die mal auf die drei, wie es natürlich üblich ist, dann wird die Kick und die Snare nacheinander abgespielt, das heißt, es läuft dann ungefähr so, wie dann auch schon beispielsweise bei Hip-Hop, so dieser typische Hip-Hop-Beat, weil dann so, das ist so ein bisschen ein typischer Hip-Hop-Beat, vielleicht auch ein bisschen Trap-Beat, mit diesen einfachen fünf Midi-Noten könnt ihr quasi schon einen ganz, ganz einfachen Beat bauen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen eine Hi-Hat dazu macht, haben wir hier eine Hi-Hat, machen wir vielleicht mal hier die in Achtel dazu einfach, dann haben wir das dann ungefähr so, ich sollte die vielleicht auf den Anfang machen, so, das ist dann so ein bisschen, dass ihr gerade mal ein Gefühl dafür bekommt, was jetzt sozusagen enabled und machbar ist, innerhalb von ein paar Minuten, das ist dann quasi mal schon so ein ganz kleiner, kurzer Beat, das ist im Prinzip in ein paar Sekunden gemacht worden, das heißt, ups, jetzt bin ich hier drauf gekommen, in dem Midi-Clip, der jetzt zwei Bars lang ging, habe ich hier ein paar Midi-Noten reingemacht, vorher ein Drum-Kit mit Doppelklick reingezogen und schon, wie gesagt, habt ihr im Prinzip Möglichkeiten, einen Track zu machen, deswegen finde ich Ableton so nice, dass man einfach, das ist mega, als ich das am Anfang rausgefunden hatte, dass man einfach Doppelklick auf einen Drum-Kit machen kann, da ein paar Midi-Noten einfügen kann und man im Prinzip schon einen Beat hat, braucht man, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel von dem Programm zu wissen, um da schon reinzukommen, das heißt, ihr müsstet einfach nur nochmal hier auf die Drums klicken, euch irgendein Drum-Kit raussuchen von hier, Doppelklick drauf machen und ihr könnt euch ganz, ganz easy schon so ein Beat basteln, also ich würde jetzt auch noch die High-Herts ein bisschen leiser machen und so, aber Mixing ist ja dann wieder ein anderes Thema, wie gesagt, so einfach war es, ein Beat in Ableton zu machen, also es hat meiner Meinung nach keine drei Minuten gedauert, bis es dann bei einem Beat schon war, genau, das ist so ein bisschen der Drums- und der Soundpool am Anfang erklärt, ich mache das jetzt mal wieder weg, mache mir aber einen neuen Audio-Track, das nächste sind dann Instrumente, das heißt, Ableton kommt auch mit ein paar Instrumenten, mit Analog-Instrumenten, also es sind im Prinzip nicht Analog-Instrumente, sondern Analog-emulierte Instrumente, das heißt, die Sounds sind analogen Instrumenten sozusagen nachgebaut und wenn ihr hier in diese Untermenüs reingeht von Analog und beispielsweise mal Bass aufmacht, könnt ihr hier mit einem Klick auf die Maus schon mal die Sachen vorher anhören. Also es sind hier mega, mega, mega coole Presets dabei, ich zeige euch auch später noch ein paar Secret-Sachen von mir, die vielleicht auch noch nicht so viele wissen, ich mache ab und zu auch noch ein paar Sample-Packs für mich selbst und zeige euch auch mal beispielsweise, wie man ganz einfach sich eine Kick machen kann oder eine 808 oder so, da gibt es in Ableton mega, mega einfache Sachen, wie ihr Kicks und 808s hinbekommt, aber dazu später. Wie gesagt, hier im Analog sind die ganzen eher so analogeren Instrumente, Pads, Strings, Synth-Leads, also die Strings hören sich auch richtig nice an, finde ich. Aber wie gesagt, denkt daran, das sind analog emulierte Strings, das heißt, es sind keine echten Strings, sondern analog sozusagen modulierte Strings, ist im Prinzip einfach so am besten erklärt. Collusion ist im Prinzip genau das gleiche, sind auch ein paar Presets, wo ihr coole Sachen drin habt, um sowas zu benutzen beispielsweise, genau das gleiche wie beim Drum Rack, wenn ihr jetzt diesen Ton hier benutzen wollt, diesen hier, einfach nur Doppelklick, Ableton macht euch einen neuen MIDI-Channel auf und ihr könnt direkt das Preset benutzen, also so einfach ist es im Prinzip. Einfach nur sich das coole Preset raussuchen, was ihr vielleicht gerade, worauf ihr vielleicht Bock hattet und ihr könnt schon mit eurer Tastatur coole Basslines bauen, um ehrlich zu sein. Das ist mega, mega easy gemacht bei Ableton, finde ich, also top. Also deswegen finde ich es auch im Ernst zu sein so, das ist die beste DAW. Hier gibt es natürlich auch noch dann verschiedene und mehrere Unterordner, unter die ihr euch alle mal durchwühlen könnt. Drum Racks, das ist hier so ein Vocal Rack, was ich mir mal selber erstellt hatte, aber dazu kommen wir auch später, wie man sich so Sachen selbst erstellt. Genau, ein Instrument Rack, wo man dann noch mehrere Remakes hat. Hier habe ich ein paar nachgemachte Sachen sozusagen. Ich habe hier ein Closer Remake von diesem Lead Plug von den Chainsmokers gemacht oder so. Meloda Strings, die werden gefühlt in jedem House Track benutzt, wenn ich euch die später mal zeigen würde. Ihr kennt diese Dinger aus jedem, ja okay, nicht aus jedem, aber aus 90% aller House Tracks, die da draußen unterwegs sind, von egal welchen Produzenten. Genau, da könnt ihr euch einfach mal hier durchwühlen. Im Prinzip, der Operator ist auch noch ein Synthesizer. Hier ist quasi auch noch möglich, sich ganz einfache Töne zu machen mit Sinewaves und allem drum und dran. Und da möchte ich aber in einem Basic Ableton-Kurs ehrlich gesagt ein bisschen weniger drauf eingehen, weil ja Sounddesign ist ja schon ein bisschen weiterführend. Aber ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen die DAW einfach näher bringen, dass ihr da ein bisschen Bescheid wisst und wie das alles quasi so aufgebaut ist mal am Anfang. Genau, deswegen gehen wir jetzt im Moment mal ein bisschen weniger auf den Operator ein. Den Sampler, wie gesagt, benutze ich mega viel, was ihr vorhin gesehen hattet. Hier kann man quasi die Kick reinziehen von vorhin und kann diese Kick dann triggern mit MIDI-Signalen. Genau das gleiche wie der Simpler. Der Sampler und der Simpler machen im Prinzip das gleiche, sind aber unterschiedlich. Der Sampler hat ein paar mehr Funktionen, wo man dann auch einen Pitch-Oscillator dazuschalten kann mit Frequency-Modulation. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein bisschen diese Frequency-Modulation und alles drum und dran ist alles für ein bisschen später. Da sind wir jetzt gerade ein kleines bisschen zu, ja, das ist einfach ein Basic-Einsteiger-Workshop, um euch mal ein bisschen so Ableton näher zu bringen. Genau. Der Simpler ist im Prinzip genau das Gleiche, nur halt eben ein bisschen einfacher und ihr seht schon hier, er hat ein bisschen weniger Controls, hat aber auch ein paar versteckte Controls, die ich euch später auch noch zeigen werde, was relativ cool sind. Und wie ihr zum Beispiel ganz einfach mit einem Wert Hi-Hats pannen könnt, wie ihr die Hi-Hats random von links nach rechts bekommen könnt, dann müsst ihr ein Rädchen drehen, das heißt, ihr müsst weder eine Automation machen hier drin, noch müsst ihr irgendein Extra-Plugin reinladen, wo ihr dann eine Kurve automatisiert, dass die dann von links nach rechts geht, sondern es ist einfach nur ein Rädchen. Ist halt eben beispielsweise in der Hip-Hop- und Beat-Welt sehr oft gesehen, dass man Hi-Hats pannt, ab und zu vielleicht mal auch Vocal-Shots, diese Hi-H-H-H wenn man die dann so ein bisschen links-rechts pannt, bringt immer eine coole Tension, also ein cooles Bild zum Track, einen sehr uniken Style, finde ich. Und genau, der Wavetable-Synthesizer, was ich euch jetzt auch noch ganz kurz zeigen möchte, ist im Prinzip ein Synthesizer, der bei Ableton 10 rausgekommen ist, den Gast bei 9 noch nicht. Hier seht ihr auch schon die vier ganz normalen Kurven, Sign-Wave, Triangle-Wave, Sawtooth-Wave und Square-Wave, also Sinus-Kurve, Triangle-Kurve, Sägezahnen-Kurve und Rechtecks-Kurve, also Rechtecks-Kurve oder Square-Wave heißt es ja eigentlich. Genau, das ist im Prinzip ein ganz einfacher VST-Synthi von Ableton, ein integrierter, wo ihr hier ganz einfach auch Töne euch selbst machen könnt, relativ easy. Ja, aber da gehen wir auch nicht so stark drauf ein, weil wie gesagt, immer noch ist es noch ein ganz kleiner Basic-Anfang und ich möchte euch erst so ein bisschen die Übersicht einfach zeigen. Jetzt kommt meiner Meinung nach das Wichtigste in Ableton, das sind die Audio-Effekte. die macht Ableton meiner Meinung nach besser als ja, ist jetzt blöd gesagt von mir, weil ich halt schon ewig Ableton benutze und so, aber es macht sie meiner Meinung nach in dem Bereich, in dem ich sie benutze, das ist ja von Person zu Person beziehungsweise von Producer zu Producer unterschiedlich, in dem Bereich, in dem sie ich nutze, ist sie die Beste einfach. Also gerade elektronische Musik heutzutage, diese Popsachen, die alle in den Charts drin sind, eben diese Dubstep-Trap-Haus-Geschichten. Ableton hat dafür einfach die eingebauten, perfekten Effekte dafür, um die speziellen Sounds, die man heutzutage macht, auch sofort hinzubekommen, ohne irgendwelche externen VST-Plugins zu installieren. Also ja, da ist Ableton meiner Meinung nach halt die beste DAW, um wie gesagt, für meine Sachen, die ich mache, da ist ja nochmal jede Person anders, ist sie halt einfach die Beste. Ja, genau. Und wie gesagt, hier gibt es auch ganz, ganz viel verschiedene, da gehen wir später auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Als nächstes haben wir die MIDI-Effekte, da könnt ihr beispielsweise eine Arpeggio ganz einfach generieren, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Synthi nehmt, könnt ihr vor den Synthi sogar ein Arpeggio da vorne dran schalten und dann könnt ihr quasi mit einer Taste, ihr seht jetzt hier hinten dran an diesen Balken, die hier hochgehen, wenn ich jetzt A drücke, A ist übrigens die Note C auf dem Keyboard, wenn ich das hier drücke einmal, dann seht ihr hier hinten, wie der Arpeggiator schon in Achtelnoten den Sound ausgibt und ihr seht, ich halte C gedrückt. Das heißt, ihr müsstet eigentlich nur noch eine MIDI-Note einfügen und ihr könnt ein Arpeggio bauen. Also, wie gesagt, das geht in Ableton alles so schnell, ihr müsst ja gar nicht die ganze Zeit A, D, G, H, A, D, G, H drücken sozusagen, sondern ihr könnt A gedrückt halten und der Arpeggiator macht das in eurer Reihenfolge, wie ihr es haben wollt. Ja, da ist halt einfach Ableton meiner Meinung nach mega, mega, ja, nicht vor, doch schon voraus, weil viele andere DAWs es glaube ich nicht haben, also Logic weiß ich meines Wissens nach hat auch einen Arpeggiator, aber die anderen, da muss man sich schon seine Arpeggio selbst bauen und im Prinzip, was ich auch ganz vorhin schon gesagt hatte, Zeit ist ja irgendwo auch ein bisschen Geld, deswegen sollte man auch ein bisschen, ja, einfach wirtschaftlich in Ableton arbeiten können, sage ich einfach, genau. Ansonsten würde ich einfach hier bei den MIDI-Effekten jetzt für die Basic-Sachen auf keinen mehr eingehen, vielleicht noch auf einen Scale, das ist eigentlich ganz cool, wenn man ganz am Anfang, ich sage mal, ein bisschen weniger Ahnung von Musiktheorie hat, könnte man sich hier einen Scale raussuchen, das heißt, man macht einfach Scale auf und sucht sich hier mal den C-Scale raus und wenn ihr den habt, braucht ihr im Prinzip gar nichts mehr denken, sondern könnt euch einfach einen MIDI-Clip erstellen mit ein paar Noten drin und der Scaler sozusagen, also dieser Scale von Ableton, der schiebt dann die Noten in die richtigen Parts sozusagen rein, welche harmonisch zueinander sind, macht auch wieder ein paar Sachen einfacher. Ihr seht schon hier, Base, ihr könnt hier quasi immer die Note ändern, C, C, G, D, 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 G, E, F und so weiter und so fort. Ihr seht dann auch, wie sich die schwarzen Viereckchen ein bisschen verändern, das heißt dann quasi, welche Tasten vom Keyboard getriggert werden und welche nicht. Genau, das ist einfach auch noch ein bisschen eine Starthilfe für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr mit Harmonien machen wollen, aber vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, welches was irgendwo zu was dazu passt. Also, da noch ein kurzes Beispiel, ich kenne Producer, die haben zig Millionen Spotify Streams, YouTube Streams, whatever, die haben keine Ahnung von Musiktheorie und machen genau sowas. Wie gesagt, das ist aber auch nur, das ist ein relativ seltenes Beispiel, aber es gibt die da draußen auf jeden Fall, die keine Ahnung von Musiktheorie haben und Millionen von Spotify Streams haben, das glaubt ihr gar nicht. Genau, dann gibt es noch Max for Life. Max for Life ist im Prinzip, bei Apple 9 war das noch ein extra Programm. Im Prinzip kann man bei Max for Life selbstprogrammierte Plugins von Drittherstellern sich installieren und kann diese beispielsweise in den Produktionen auch benutzen. Also, hier gibt es zum Beispiel auch den Color Limiter, den ich ab und zu früher auch schon benutzt hatte. Ist ein mega cooler Limiter, weil der dann auch noch ein bisschen Saturation dazu drehen kann. Ja, das ist einfach so Max for Life. Das sind so sehr, 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 sehr spezielle Effekte. Ich kann beispielsweise einfach mal einen Granulator aufmachen. Also, ihr seht hier jetzt da nicht viel davon und der macht aber relativ viel im Hintergrund. Also, das ist wirklich advanced, meiner Meinung nach. Max for Life würde ich euch nur raten, wenn ihr wirklich schon ein bisschen advanced enabled drin seid. Ich habe mir da hier so ein paar Sachen markiert, wo ich auch noch drauf eingehen möchte. Hier habe ich mir so ein, sozusagen eine Sammlung eingestellt, wo ich euch auf jeden Fall auch ganz am Anfang dazu raten kann, damit ihr schneller eure Effekte findet, weil ihr braucht jedes Mal Zeit, wenn ihr Command F drückt und dann einen Equalizer sucht. Wenn ihr dann EQ eingibt, dann müsst ihr hier noch Doppelklick drauf machen, bis sich dann der originale Ableton EQ hier unten mal öffnet. Das hat jetzt insgesamt acht bis zehn Sekunden gedauert. Warum soll ich mir dann nicht einfach hier ein EQ-Fenster machen mit der Farbe Gelb? Also seht, also könnt ihr jetzt nachvollziehen, wie schnell das jetzt dauert. EQ, EQ-8. Ist einfach im Endeffekt, wie gesagt, eine Zeitersparnis, wo ich am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr stark daran appelliere, euch da eine Ordnung reinzubringen. Beispielsweise, ihr müsst nicht meine kopieren. Ihr könnt euch von mir aus jetzt auch, wie gesagt, ich bin da völlig offen. Ich gebe auch alle meine Tipps frei raus, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht. Gar kein Thema. Ihr könnt es ja auch hier in den YouTube-Chat reinschreiben. Alles gar kein Ding. Ich sage euch die alle. Überhaupt kein Thema. Ich habe gar keine Geheimnisse. Ich möchte auch gar keine haben, weil es macht einfach einen kredibiler, wenn man irgendwie seine ganzen Geheimnisse freigibt als Producer. Viele sagen ja, oh ja, das ist mein Secret, weil das ist mein Sound. Nee, so bin ich am Erechsten sein nicht. Ich sage euch alles. Also wie gesagt, das ist alles gar kein Thema. Ihr seht hier drin auch, welche EQ-Plugins ich alle benutze. Ich benutze auch einen SSL-G-Channel-EQ von Waves, der dann schon auch, jetzt ging er hier auf, der dann aber auch schon relativ advanced ist. Also es ist ein Analog-EQ von dem normalen SSL-G-Channel-Chain. Das ist aber auch, wie gesagt, relativ advanced. Es ging mir einfach nur darum, damit ihr Ordnung in eurer DAW habt, um von der Basis aus ziemlich schnell in den fortgeschrittenen Sektor zu kommen, wo ihr eigentlich hinwollt. Und da probiere ich euch eben einfach Tipps zu geben, wie ihr das am schnellsten sozusagen machen könnt. Genau, deswegen sage ich euch auch diese ganzen kleinen, ja, einfach Tipps. Und, was ich euch natürlich dann auch noch dazu erklären muss, ist, um hier euch so ein Menü erstellen zu können, müsst ihr hier in diese Ableton-Audio-Effekte gehen und dann mit Rechtsklick diese einzelnen Effekte in diese einzelnen Gruppen hinzufügen sozusagen. Ist natürlich logisch. Einen Compressor mache ich natürlich bei Dynamisch rein, also bei Dynamic. Keine Ahnung, einen Pan mache ich beispielsweise bei Space rein, weil ein Pan ja links-rechts, also Space, Panorama quasi. Dann, beispielsweise ein Dynamic-Tube ist ein Effekt, der erzeugt einen Tape-Emulator, also im Prinzip emuliert der einen Kassettenrekorder. Der kommt dann wiederum bei Saturation und Distortion rein. Und so könnt ihr dann da vorgehen, immer Rechtsklick drauf machen und dann hier in eure einzelnen Menüs reinpacken, damit ihr da einfach die Sachen schneller findet. Also, ja, Glue-Compressor auch mega, mega Compressor enablen, kann ich nur raten. Auf jeden Fall zur Dynamik dazu machen. Multiband Dynamics ist ein Multiband-Synthesizer, äh, sorry, Multiband-Effekt. Sieht so aus, ist auch ein bisschen advanced, habe ich auch relativ lang gebraucht, um den zu verstehen. Ähm, ja, können wir vielleicht später nochmal kurz darauf eingehen. Wie gesagt, ihr könnt auch Fragen schreiben, gar kein Thema. Ich beantworte alle Fragen, die hier im YouTube-Chat kommen. Ich hatte bis jetzt zwar noch keine, äh, von euch, aber ich müsste ganz unten gewesen sein. Aber wie gesagt, ich beantworte euch da alle Fragen, überhaupt gar kein Thema. Äh, ein Reverb gehört natürlich auch zu Space, rot, deswegen Space. Äh, Saturator, der Able- und Built-in-Saturator ist auch sehr, sehr gut. gehört natürlich zu Saturation, Distortion. Ähm, ansonsten, die restlichen, die ihr hier drin halt seht, das sind alles, äh, Third-Party VST, also das heißt VSTs, die ich installiert habe. Valhalla Room ist ja auch relativ stark verbreitet heutzutage, ähm, was ein cooles Reverb-Plugin ist. Ähm, ja, die ganzen Age-Sachen von, äh, von Waves, Age-Delay beispielsweise ist relativ verbreitet, das Age-Reverb ist auch ziemlich stark verbreitet. Ähm, das Vintage-Verb von Valhalla ist auch sehr, sehr stark verbreitet. Also wie gesagt, ihr könnt euch von mir aus auch, ist alles gar kein Thema, euch von hier irgendwie ein Screenshot machen, wenn ihr irgendwelche neuen Plugins kennen wollt, rausfinden wollt. Ich habe jetzt extra den Hofer IQ Reverb nicht aufgemacht, weil, ähm, ich auf meinem Rechner schon den neuen Hofer IQ Series wie überhaupt installiert hatte, weil wir den ja als Mitarbeiter sozusagen zum Testen bekommen. Deswegen zeige ich ihn euch jetzt erstmal nicht, weil ich weiß nicht, ob ich den zeigen darf. Ähm, deswegen zeige ich euch aber lieber, ja, wenn wir jetzt bei Dynamics sind, äh, wo ist er denn? Habe ich den hier gar nicht reingemacht? Okay, fataler Fehler. Ähm, vielleicht mal den Deesser. Ähm, ja, das sind einfach Plugins von uns, von Hofer, die mega, mega gut sind. Wie gesagt, ich benutze die auch selber. Ähm, wir haben da bombastische Plugins, also, ähm, wie gesagt, ihr bekommt die auch zum Kurs dazu. Da möchte ich dann auch noch später auf die Aktion hinweisen, die wir noch im Moment haben. Aber jetzt machen wir erst noch kurz die Sachen hier fertig, ähm, mit den einzelnen Menüs. Ähm, ähm, ah cool, wir haben jetzt hier mal die erste Frage von Kamenzul. Wie bringt man Third-Party-VSTs rein ins Programm? Ähm, Third-Party-VSTs bringt man so rein, dass ihr die von der Seite, wo ihr sie her habt, downloadet und dann ganz normal installiert. Also, ihr müsstet dann eine .dmg, also dmg, äh, einen .dmg-File bekommen. Darauf müsst ihr Doppelklick machen und, ähm, installiert es dann, unter macOS und an dem sogenannten Application Support Audio Plugins Ordner. Da wird das alles rein installiert. Ähm, was ihr danach machen müsst, ähm, Ableton 10 macht das mittlerweile automatisch. Bei Ableton 8 und 9 musste man die Plugins noch rescannen. Das zeige ich euch jetzt kurz, wie das funktioniert, wenn schon die Frage kam. Ihr geht in die Einstellungen rein, das ist Command, Komma oder Shortcut war Command, Komma oder ihr macht Datei. Nein, falsch. Ihr macht Live Voreinstellungen auf. Hier seht ihr auch Command, Komma. Die Voreinstellungen auf. Danach geht ihr hier auf Plugins, auf den Reiter Plugins und macht hier Neu-Scan. Wenn ihr jetzt den Neu-Scan macht, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache den jetzt nicht, weil ich glaube ich insgesamt 300 VST-Plugins auf meinem Rechner habe. Deswegen mache ich jetzt keinen Neu-Scan. Es kann ja sein, dass das ab und zu vielleicht mal abstürzt. Ähm, wenn ihr normal Neu-Scan drückt, dann scannt er nur die letzten installierten VST-Plugins. Wenn ihr aber Option und Option gedrückt haltet und Neu-Scan drückt, dann scannt Ableton nochmal euren kompletten Rechner nach VSTs ab. Das heißt, es wird nochmal jeder Ordner, in dem ein VST sein könnte, durchgescannt und geschaut, ob da einer da ist. Wenn der dann erkannt worden ist, dann taucht der hier in Plugins auf. Da wäre ich dann nämlich als nächstes dazu gekommen, nach Max4Life. Dann klickt ihr hier auf Plugins und dann habt ihr hier die VST-Section. Wenn ich jetzt die VST-Section aufmache, ihr seht schon bei mir, yo, mega viele. Könnt ihr jetzt, wenn ihr die Hofer-Plugins installiert habt, Hofer einfach aufmachen und wenn ihr den Analyzer installiert habt, den Analyzer aufmachen. Bester Analyzer, den es auf dem Markt gibt, meiner Meinung nach. Genau. So installiert man im Prinzip VST-Plugins in Ableton. Das heißt, ich wiederhole nochmal kurz, ihr ladet es runter, ihr installiert es, dann macht ihr Ableton auf. Ableton 9 und 10 und auch 11 machen nämlich einen automatischen Scan, wenn ihr Ableton aufmacht. Bei 8 müsst ihr noch selbst scannen. Und zwar geht ihr dann nochmal in die Voreinstellung rein und macht hier einfach ein Neu-Scan. Wenn der Plugin nicht gefunden wird, dann, wie gesagt, was ich euch vorhin gesagt hatte, Option gedrückt halten, Neu-Scan drücken. Kann aber dann 10 Minuten dauern. Ihr könnt euch dann Kaffee holen, kurz auf Toilette gehen, kurz was anderes machen, kurz im Internet irgendein Tutorial angucken von uns oder kurz in den Online-Campus reingucken und es mal scannen lassen. Das dauert nämlich ein bisschen. Genau. So, dann habe ich euch auch erklärt, wie ein VST-Plugin installiert wird. Auch sehr, sehr gute Frage. Da wäre ich nämlich auch noch dazu gekommen. Das steht hier nämlich auch noch auf meinem Guide, den ich so ein bisschen geschrieben habe für euch, für den Kurs, was ich euch so alles erklären möchte. Wo wir hier noch als letztes dazukommen, ist hier unten sozusagen im Media-Pool die Pack-Section. Ich nenne sie einfach auch mal ein bisschen Media-Pool. Hier findet ihr auch die ganzen Packs, die es von Ableton gibt. Also, wenn ihr Ableton Suit kauft, Suite oder Suit, Suit ist eigentlich der Anzug, also Suite, dann findet ihr hier auch String-Packs zum Beispiel, die ihr dann alle von Ableton von der Seite aus herunterladen könnt. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist auf die verfügbaren Packs gehen und dann seht ihr hier die Packs, die ihr noch nicht habt. Und dann könnt ihr einfach hier, weil euer Ableton ja gekauft und registriert ist auf ableton.com, einfach hier Download drücken und automatisch werden die Retro-Sounds heruntergeladen und automatisch installiert. Kommt darauf an, was ihr für eine Leitung habt. 3,4 Gigabyte, wenn ich jetzt die Glasfaserleitung hier benutzen würde, 30 Sekunden und ich könnte die Retro-Sounds quasi schon benutzen. Mega, mega nice. Also da müsst ihr auch nicht wieder extern aus dem Programm raus, was installieren, wieder zurückkommen, es kann Fehler auftreten. Nee, alle Sounds, die ihr bei Ableton Suite bekommt, müsst ihr einfach nur hier Download drücken, fertig, benutzbar. Das ist auch ein cooler Vorteil und Ableton hat mega, mega, mega gute Sounds. Also allein die Orchestral-Sachen hier, die ihr seht, da gibt es natürlich Spitfire, was topnotch ist, dann vielleicht Native Instruments, die auch sehr, sehr gut sind, aber die Ableton-Sachen sind auch sehr, sehr gut. Beispielsweise kann ich euch da mal, ich weiß nicht, kann ich euch da jetzt zeigen? Also, ja, mega, mega gute, aufgenommene Sachen hier von Ableton, also die sind alle mega top. Genau, machen wir hier mal kurz Pause. Das nächste ist dann die User Library. Die User Library findet ihr auch ganz normal auf eurem Rechner, unter C, Programme, Ableton, User Library. In die User Library speichert ihr quasi eure ganzen Ableton-Packs, die ihr so runtergeladen habt. Hier habt ihr auch Backups von euren Projekten drin, falls euer Projekt mal abgeschmiert ist, dann findet ihr hier unter dem Reiter Backup die automatisch gespeicherten, damit ihr Ableton wieder öffnen könnt. Hier sind noch die ganzen Default-Sachen, aber dadurch, da kommen wir auch später drauf. Ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen umnennen sollen, das heißt jetzt Noly Shit, das ist mein eigenes Branding und eben Zeug, das ich mir selber gemacht habe, sozusagen. Hier sind eigene Presets drin von Ableton-Sachen. Genau, aber da kommen wir auch noch später drauf, wie man sowas macht. Das möchte ich euch auf jeden Fall in einem Basiskurs auch sagen. Wie man richtig sidechain, eine coole sidechain, ein Haas-Effekt und sowas. Die verschiedenen Grooves, die es gibt, die gibt es dann später im Groove-Pool, den zeige ich euch auch noch, der ist hier. Ist aber auch ein relativ advancedes Future. Ja, genau, zeige ich euch aber auch noch später. Dann habt ihr hier das aktuelle Projekt. Wenn ich jetzt hier Samples drin hätte, dann würdet ihr hier die gelisteten Samples von eurem aktuellen Projekt sehen. My Samples ist im Prinzip meine Sample-Library, die ich mir mal komplett zusammengekauft habe oder von irgendwelchen Internetseiten for free gegen den Austausch von der E-Mail-Adresse runtergeladen habe. Also wie gesagt, die Festplatte hier, die ich jetzt hier angeschlossen habe, von dieser Festplatte gab es vier Vorgängermodelle. Das heißt, da sind immer noch die Samples drauf von vor neun Jahren, mit denen ich angefangen hatte. Deswegen wundert euch bitte nicht, warum das so eine lange Sample-Liste ist mit Sample-Packs. aber sie ist einfach innerhalb von neun Jahren auf 2,5 Terabyte glaube ich angestiegen. Aber speichert euch auf jeden Fall Samples. Auf so vielen Internetseiten gibt es freie Samples zur Verfügung. Achtet auf jeden Fall auf die Lizenzen drauf, wie ihr die benutzen dürft. Steht alles nochmal in einem Sample-Pack drin, wie ihr die benutzen dürft. Genau. Hier, wie ihr jetzt diesen Ordner hier reinbekommt, sage ich euch auch noch ganz kurz. Und zwar müsst ihr hier einfach auf Add Folder drücken. Drücken, nicht drücken, sondern drücken. Und dann könnt ihr beispielsweise hier von eurer Festplatte geht ihr beispielsweise jetzt einfach unter Tim, so wie ich heiße. Oh ne, das ist falsch. Geht ihr hier einfach auf Samples und dann könnt ihr hier, seht ihr hier, den My Samples Ordner. Den habe ich hier quasi schon rüber gelinkt. So linkt ihr quasi Ordner in Ableton, damit ihr die auch nicht immer wieder suchen müsst, außerhalb von Ableton rausgehen müsst und die dann wieder reinziehen müsst. Genauso wie ihr hier seht, wenn ich das jetzt aufklappe, hier seht ihr im Prinzip alle, wenn ich jetzt noch auf New Samples gehe, genau hier, seht ihr quasi alle Sample Packs, die quasi hier drin in Ableton auch alle gelistet sind. Also genau, das ist quasi das, wie man hier einen Folder sozusagen verlinkt. Wenn man nicht direkt immer irgendwie im Browser suchen möchte, also im Finder, ist ja nicht der Browser, der Finder, dann verlinkt euch am besten hier den Ordner. Dann habe ich natürlich auch noch Splice, dadurch, dass ich ziemlich viele Genre produziere, auch ziemlich viele Splice Packs. Splice kann ich euch zum Beginn auf jeden Fall auch raten, damit ihr mal ein bisschen für relativ wenig Geld eigentlich qualitativ mega hohe Sounds bekommt. Genau, dann habe ich mir hier noch angefangen, so einen Hip-Hop Ordner zu machen, wo ich quasi überall Hip-Hop Samples drin habe, die beispielsweise nur für Hip-Hop sind, verschiedene 808s, keine Ahnung, also da gibt es Effekte und ja, egal. Auf jeden Fall könnt ihr hier Ordner dazu machen, dann gibt es hier noch einen Ordner Selfmade, da ist dann meine eigene, mein eigenes Sample-Pack sozusagen, aber das ist relativ wichtig zu wissen, dass man hier, wenn man Add Folder drückt, My Samples, kann man sich quasi hier reinlinken und dann muss man quasi nicht mehr immer in diesen Ordner wieder reingehen und wieder die Samples suchen, sondern hat den ja einfach direkt wieder da. So, das war jetzt mal ja, relativ zügig eigentlich über die ganze Oberfläche von Ableton drüber gegangen. Was habe ich denn hier noch für den Anfang? Genau, ich erkläre euch noch ganz kurz, wie man hier so eine Spur erzeugt. Ich könnte es beispielsweise hier mal alle löschen. Hier habe ich jetzt eine MIDI-Spur. Wie man hier eine Spur erzeugt, ist eigentlich ganz einfach. Entweder ihr macht Rechtsklick, Audio-Spur erzeugen, erzeugt es euch eine Audio-Spur, wo ihr dann wiederum ein Sample reinziehen könnt oder ihr drückt Command-T. Sobald ihr immer wieder T drückt, Command-T, kommen hier Audio-Channels dazu. So, dann lösche ich die mal wieder. Das Ganze zeige ich euch jetzt auch noch für MIDI-Channels. Wenn ihr jetzt einen MIDI-Channel machen wollt, dann drückt ihr einfach Shift-Command-T. Ist im Prinzip genau das gleiche wie ein Audio-Track, nur halt eben als MIDI-Track. Und ihr müsst Shift-Command-T drücken. Das heißt, hier entstehen dann jetzt die ganze Zeit MIDI-Tracks. Genau. Das war der MIDI-Track. Eben wie man Channels in Ableton erzeugt. Eigentlich relativ easy. Ihr merkt euch einfach Command-T und Shift-Command-T. Oder wie gesagt, Rechtsklick, Audio-Spur, Rechtsklick, MIDI-Spur. Ich habe das am Anfang noch mit Rechtsklick gemacht, aber wie gesagt, sobald ihr Tastenkombinationen raus habt, kommt ihr da auch auf jeden Fall in euren Workflow rein. Da macht ihr kurz Command-T, zieht ein Sample rein, könnt das Sample direkt bearbeiten. Also mega, mega cool. Genau. Dann als nächstes zeige ich euch noch kurz die Return-Tracks. Da weiß ich jetzt nicht, ob mein Bild da ist. Da mache ich das mal kurz ein bisschen kleiner. Return-Tracks sind hier unten. Hier ist quasi ein Reverb und ein Delay drin. Da könnt ihr MIDI und auch Audio reinschicken. Und zwar funktioniert das so, wenn ihr hier jetzt einen Audio-Kanal aufmacht, dann seht ihr hier unten diese zwei Infinite. Infinite heißt unendlich. Das heißt, das Signal wird gar nicht in den Channel hier unten reingesendet. Das heißt, ihr könnt jetzt beispielsweise eure Drum-Gruppe nehmen und in eure Drum-Gruppe komplett das gleiche Reverb benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Drum, wenn ich jetzt hier Kick, Snare und High-Hat habe, kann ich die alle markieren und dann Command und G drücken und eine Gruppe draus machen. Und kann jetzt diese Gruppe mit einer bestimmten Anzahl an Volume in dieses Reverb schicken. Also der Aufbau ist quasi so, das hier ist der A-Channel, das hier ist der B-Channel und wenn ihr jetzt Return-Tracks dazu machen würdet, seht ihr, wie hier hinten immer ein weiteres dazu kommt. Also ihr könntet auch, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie viele man dazu machen kann, aber es könnte relativ viel werden. Da wird Ableton auch schon kleiner auf jeden Fall seht ihr dann, wenn ihr das hier größer macht, wie viele Infinites es hier dann gibt. Und in jeden einzelnen Return-Channel könnt ihr andere Effekte reinmachen, Delay, Reverb, Saturator, egal was könnt ihr da eigentlich reinmachen. Genau. Deswegen ist es eigentlich relativ cool zu wissen, wie man Return-Tracks macht. Das habe ich euch auch gezeigt. Wie man eine Gruppe macht, habe ich euch gerade gezeigt. Genau das Gleiche kann man auch mit MIDI machen. Mit MIDI kann man auch eine Gruppe machen. Genau, jetzt zeige ich euch einfach mal noch ganz kurz so ein bisschen das Aussehen von Ableton, wo ich ja vorhin relativ wenig, um ehrlich zu sein, drauf eingegangen bin. Hier oben ist das sogenannte Transport-Feld. Tappen. Hier könnt ihr quasi euer Tempo eintappen vom Track. Also wenn ich jetzt ganz schnell tappe, bekommen wir das Tempo von 236 BPM. Wenn ich ganz langsam tappe, bekommen wir das Tempo von 55, also fast im Sekundentakt. Und so könnt ihr quasi euer Tempo eintappen. Genau. Das Tempo und, ich habe hier noch ein paar Fragen, gehe ich noch ganz kurz drauf ein. Ableton 10 unterstützt nur 64, ja, Ableton benutzt nur 64 Bit Intel, soweit ich weiß. Intel war falsch. Intel gilt nur für Mac, da es ja früher auch andere Prozessoren in Macs gab. Auf jeden Fall nur 64 Bit, da hast du recht. Ist besser als Ban. Ja, also unser Analyzer ist auf jeden Fall viel, viel besser als Ban, um ehrlich zu sein. Ban hat meiner Meinung nach ein bisschen eine Oldschool-Ansicht, hängt ein bisschen nach, aber unser Analyzer ist einfach mega genau und mega gut. Probiert den auf jeden Fall aus, wenn ihr bei uns einen Kurs macht und der ist bombastisch. Also ich habe den in jedem Projekt mindestens dreimal drin. Bombastischer Analyzer. Genau. Wie sieht es mit dem Tempo und Warp-Modus aus? Der Tempo und der Warp-Modus um echt zu sein war ein Thema, was ich euch eigentlich im zweiten Teil zeigen wollte. Aber wie gesagt, wir können hier mal kurz noch drauf eingehen, wie man das Tempo einstellt. Ihr klickt hier ganz oben im Transportfeld auf die Zahl und gebt es beispielsweise mal 120 ein und drückt Enter. Dann habt ihr euer komplettes Tempo auf 120 BPM. Danach könnt ihr 140 eingeben, 160, 10 oder 20 ist das niedrigste. Dann könnt ihr, ich weiß gar nicht, was das schnellste ist. 999 wäre das schnellste sozusagen. Da seht ihr auch, wie schnell unser Arrow hier rüber flitzt. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall euer Tempo eintippen. Genau. So. Ich hatte Arrangement View, Session View. Genau, das Transportfeld machen wir noch kurz fertig. Hier könnt ihr die Takte von euren Bars einstellen, weil nicht jeder Track ist ja in 4 Viertel produziert. Ihr könnt ja auch Tracks in 3 Viertel produzieren oder das Ganze noch ein bisschen freakiger in 7 Achtel. Ich habe letztens einen Dubstep-Track gehört, der in 7 Achtel produziert ist. War irgendwie was Neues, fand ich ganz cool. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall die Bars umstellen quasi. Wie viele Bars sozusagen in einem Takt drin sind. Also mega nice. Gehen wir hier mal wieder auf 4 Viertel zurück. Das nebendran ist das Metronom. Hier macht es einfach, wenn ihr dann wieder Play drückt mit der Lattaste, Klick-Klack. Und immer wenn der hohe Takt kommt, ist es die 1.1, also der Start von der Bars. Dick. Dick. Das nächste, was ihr hier seht, ist der Play-Button. Hier könnt ihr einfach Play drücken mit der Maus. Hier ist der Stop-Button. Wenn ihr nochmal Stop drückt, springt ihr ganz an den Anfang zurück. Der nächste Button ist der Kreis hier, das ist der Record-Button. Wenn wir jetzt hier auf einem MIDI-Track sind und wir recorden etwas, können wir hier Record drücken und dann können wir hier Chords einspielen. So zum Beispiel. Ich mache das jetzt mit der Hand und wir haben keinen Synthesizer drauf, aber hier seht ihr im Prinzip die Chords, die ich eingespielt habe, mit der Hand. Genau. Das funktioniert quasi mit dem Record-Button. Das nächste, hier ist der Automation-Follow-Button. Das ist auch ein bisschen was, was ihr später braucht, meiner Meinung nach. Das hier, hier stellt ihr die Automation zurück. Die anderen Sachen sind alle relativ, relativ stark advanced. Also das hat jetzt, ja, ist schwierig, das in einem Basic-Kurs, in einem Ableton-Basic-Kurs zu erklären, aber hier seht ihr noch beispielsweise, wo ihr, was ihr gerade markiert habt, wie viel ihr gerade markiert habt, wo ihr steht. Das hier ist die, wenn ihr Command-L drückt, die Länge von eurem Loop. Ihr habt jetzt quasi in der 33. Bar einen Loop eingestellt, der vier Takte lang geht. Also so. Das heißt, wenn ihr jetzt hier quasi am Ende seid und die Loop-Funktion hier ist an, springt der direkt wieder hier an den Anfang zurück. So. Das war noch kurz die Loop-Funktion erklärt. Recordplay, TC, genau. Arrangement habe ich erklärt. Automatisieren, erzähle ich auch noch ganz kurz, wenn wir hier schon dabei sind noch auf YouTube. Automation, kommt ihr hier in den Automationsmodus. Ist ein bisschen versteckt in Ableton. Wenn ihr den MIDI ausschaltet von eurer Rechner-Tastatur, ist jetzt aus, kommt ihr auch mit A ins Automation-Window, aber passt hier auf jeden Fall auf, wenn der hier nämlich an ist, dann spielt ihr mit A die Note A, also die Note C. Das heißt, ihr kommt nicht rein und nicht raus. Ihr müsst immer das hier oben ausmachen, damit ihr hier, ihr seht in den Automation-Modus, rein und raus kommt. So funktioniert es quasi, genau. Und hier könnt ihr quasi einfach Punkte einsetzen, hin und her automatisieren und so sieht es quasi aus. Wenn ihr irgendwelche Sachen an und aus machen wollt, wenn ihr Volume automatisieren wollt, könnt ihr hier quasi hoch und runter, ist auch mega easy, einfach hier ein paar Punkte rein, dann seht ihr hier, wie rechts die Volume automatisiert wird. Genau, das habe ich jetzt auch einfach mal ganz am Anfang hier in den YouTube-Part reingepackt, obwohl ich es eigentlich erst später zeigen wollte. Genau, die FX, die Einstellungen habe ich euch auch gezeigt. Musikalisch läuft halt alles in 44,1 Kilohertz und Video in 48 Kilohertz. Bei Video möchte ich noch ganz kurz sagen, das Video seit Ableton 10 nur noch .mov funktioniert, also MOV das Format. Falls ihr in Ableton auch irgendwie Video oder sowas bearbeiten wollt, .mov ist da das Go-To. Das auch noch vielleicht kurz in den Anfang rein. Puffergröße, Buffer-Size sind wir jetzt, um ehrlich gesagt zu sein, auch nicht drauf eingegangen. Das ist dann hier im Audio-Fenster. Hier seht ihr auch die Sample-Rate, die man einstellen kann. Hier beim Babyface kann ich jetzt sogar bis 192K hoch, aber das ist meistens dann Kino und Dolby Digital, Dolby Digital Sound, also Surround, da müsst ihr gar nicht hin. 44.1 ist Industriestandard und ich habe einfach bei mir 512 Samples eingestellt, weil ich ja nix live einspiele. Wenn ihr allerdings genügend Prozessor-Power habt, könnt ihr auch auf 256 gehen, aber sobald ihr 5, 6 oder 12 Synthesizer reinladet, dann fängt euer CPU hier oben, der hier angezeigt wird, ist ziemlich stark an zu kratzen und dann fängt auch dieses Standard-Kratzgeräusch, dieses geht dann los. Wollen wir nicht. Deswegen lasse ich das bei 512 immer. Das ist ja auch ein i9 MacBook, also das sollte auf jeden Fall funktionieren mit meinen 120, 130 Spuren. Das ist gar kein Thema. Funktioniert auch gut. Genau, das sind so die Standardeinstellungen. Wie gesagt, hier oben das Audio-Ausgangsgerät. Ich habe hier wie gesagt ein Babyface, RME Babyface Pro dran. Hier seht ihr dann euer Audio-Interface. Ups, jetzt habe ich natürlich ausgemacht. Wenn ihr ein Eingangssignal habt, dann könnt ihr das auch noch aufs Babyface legen. Da wird jetzt quasi das Mikrofon, was ich hier habe, aufs Babyface gehen. Das machen wir jetzt allerdings nicht, weil dann kein Ton mehr von mir bei euch ankommt. Genau, das sind sozusagen die Audio-Einstellungen. Gehe ich nochmal hier ganz kurz. Die spezielleren Einstellungen machen wir auch noch später. Die Sounds im Media Pool hatte ich erklärt. Das war für den Anfang, den CPU hatte ich erklärt. Genau, die Warp-Modes. Das machen wir später. Und beispielsweise auch, warum man hier bei Record 24-Bit einstellen sollte und nicht 32 oder 16. 32 braucht man eh nicht einstellen, weil sobald ihr einen Equalizer von Ableton auf die Spur drauf macht, vergisst ihr die 8-Bits. Und ihr könnt eh nur in 24-Bit aufnehmen, aber wie gesagt, das ist dann schon wieder zu technisch. Jetzt habe ich hier noch ganz kurz eine Frage. Hi Tim, wo hast du noch einmal draufgeklickt, um auch einen B-Channel-Return zu bekommen? Um den zu bekommen, musst du hier rechts in dieses graue, freie Fenster reingehen. Also hier, wo mein Mauszeiger ist und hier einfach Rechtsklick reinmachen. Dann kannst du sagen, ob du eine Audio-Spur willst, eine MIDI-Spur oder eine Return-Spur. Und dann klickst du einfach hier drauf. Jetzt habt ihr es natürlich nicht gesehen. Hier unten rechts kommt dann eine Return-Spur dazu. Einfach Rechtsklick in dieses graue Fenster hier rein, Return-Spur. Und dann kommt hier eine Return-Spur dazu. So könnt ihr das machen. Genau. Und hast du eine Meinung zu Ableton Live 11 von der Wiebke? Ja, Wiebke, das ist nämlich, wir sind jetzt glaube ich auch demnächst am Ende beim YouTube-Stream. Das ist genau das, was quasi noch mein Easter Egg war, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Ableton gibt ja nur ganz am Anfang eine bestimmte Anzahl an Beta-Tests raus. Und ich habe ehrlich gesagt meinen gestern Nacht bekommen, um halb eins sogar noch. Und wir werden dann auch später im Online-Campus dann die letzte Viertelstunde nochmal uns Ableton 11 angucken. was das so neu kann. Ich habe da gestern noch ein bisschen drin rumgeklickt und so. Mega nice. Es ist auf jeden Fall jetzt Comping dabei für die Leute, die wissen, was es ist. MPE-Einstellung beziehungsweise Benutzung ist dabei. Viele neue Effekte sind dabei. Also ich kann nur sagen, was Ableton da wieder gebaut hat, finde ich persönlich als elektronischer Producer mega, mega, mega top. Nice. Freue mich da auch schon übelst drauf, um ehrlich zu sein. Genau, das war eben so mein Easter Egg, wo wir da später noch ein bisschen drauf eingehen werden. Die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, werde ich dann Ableton 11 aufmachen, damit ihr das mal seht, wie das aussieht. Wird aber, wie gesagt, dann im Online-Campus laufen. Und genau, von meiner Seite aus war es das jetzt eigentlich. Ich liebe das MPE. Ja, ich finde es auch mega. Genau, ich gehe jetzt mal ganz kurz, ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob wir das dann auch noch kurz einzeigen in einem Overlay. auf unsere Aktion drauf ein, denn wir am Hofer College haben ja auch gerade im Moment noch eine Aktion mit Native Instruments, mit NI. Wenn ihr bei uns den Diploma-Kurs macht, dann bekommt ihr Native Instruments Complete 13 Ultimate, was insgesamt 800 Gigabyte Samples und Instrumente und Effekte sind. For free zu eurem Diploma-Kurs dazu. Mega, 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 mega Sample Library. Also 800 Gigabyte ist abnormal viel. Also ich habe sogar, glaube ich, gerade noch so 800 Gigabyte auf meiner Festplatte frei. Ich habe das, ich habe NI ehrlich gesagt nicht. Hat aber auch einen anderen Grund, warum ich das nicht habe, aber ist ja auch egal. und genau, das bekommt ihr zu unserem größten Kurs, dem Diploma dazu und genau, das war jetzt der erste Teil in YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin, um ehrlich zu sein, vielleicht ein bisschen über vieles zu arg drüber gerusht, also war vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich hatte jetzt im Chat das Gefühl, dass ihr eigentlich gut mitgekommen seid, was ich hier so erzähle, aber ich wollte einfach, wie gesagt, so viele Informationen, wie es nur geht, in diesen Basic-Kurs direkt in YouTube reinpacken, damit ihr auch mega viel Informationen einfach am Anfang bekommt, wie man sich Ableton einzustellen hat, mit diesen Farben an der Seite, was es für Effekte für den Anfang gibt, wie man sich ein Sample reinzieht, wie man Audio-Track macht, genau, dass ihr das einfach von Anfang an wisst und genau, deswegen bedanke ich mich bei euch, dass ihr schon mal auf YouTube eingeschaltet habt, wie gesagt, der zweite Teil geht dann in unserem Online-Campus weiter und dann sehen wir uns gleich im Online-Campus wieder und genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart, freut euch auf Ableton Live 11 im Online-Campus und genau, falls ihr noch irgendwelche Fragen hattet, jetzt ist es leider zu spät, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns natürlich jeden Freitag wieder zu neuen Workshops und ich sage einfach mal bis später im Online-Campus, bis dann, ciao, ciao!